Sie hören, Was ans Licht kommt, von Christopher Karlsson, aus dem Schwedischen von Ulla Ackermann, gelesen von Julian Mene, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Rückkehr Halland 2019 Es war der Sommer, in dem Evi Karleen schwer erkrankte, verstand, dass sie bald sterben würde, und mir anvertraute, dass sie wusste, was Sven Jörgensson und seinem Sohn Wida oben in Tijab widerfahren war. Wir kannten uns erst einige Wochen. Ich wusste, dass Evi Polizistin gewesen und ein paar Jahre nach ihrer Pensionierung in das Haus nahe Tochter gezogen war. Ihr Mann Ronny lebte nicht mehr, und als Witwe widmete sie ihre freie Zeit dem hübschen Garten rings um ihr Haus. Es lag etwas weiter oben im Wald. So begegneten wir uns. Seit meiner Rückkehr lebe ich sehr zurückgezogen. So möchte ich es haben. Ich habe die Vierzig überschritten, und meine Tage beinhalten weder Kinder, Frauen noch andere ablenkende Dinge. Ich verbringe meine Zeit mit Lesen oder Schreiben. Einmal in der Woche setze ich mich ins Auto, erledige Besorgungen, gehe in die Buchhandlung oder besuche meine Eltern. Sie sind inzwischen über siebzig. Hin und wieder fahre ich nach Lund, wo mein Bruder arbeitet und mein Verleger halbtags anzutreffen ist. Viel mehr unternehme ich nicht. Wenn ich Lust habe, laufe ich zur Haltestelle am Weghörwagen und nehme den Bus in die Stadt, um mich mit einem alten Bekannten auf eine Tasse Kaffee oder ein Glas Bier zu treffen. Doch das kommt immer seltener vor. Die einzige Regelmäßigkeit in meinem Leben, abgesehen vom Lesen und Schreiben, ist das Spazierengehen. Während meiner Jahre in Stockholm bin ich, außer wenn ich irgendwo hin unterwegs war, so gut wie nie zu Fuß gegangen. Hier laufe ich fast jeden Tag mehrere Kilometer. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich brauche das. Neben dem Glas Whisky, das ich mir einmal in der Woche nach einem besonders produktiven Arbeitstag gönne, sind Spaziergänge eine der wenigen Belohnungen, die ich mir herausnehme. Das erste Mal begegnete ich Evi Ende Juni. Die alte Dame stand mit einem Sack Pflanzerde vor sich im Garten. Die Stille der Umgebung machte es ihr leicht, mich zu bemerken, als ich den Weg entlang kam. Sie hob den Kopf, sah mich, nickte und lächelte. Wohnen Sie nicht seit kurzem in dem Haus am Ende der Straße, in dem Gelben? Ja, ich bin vor ein paar Wochen hergezogen, bestätigte ich. Wo haben Sie vorher gewohnt? In Stockholm, aber ich bin hier aufgewachsen. Ich habe Sie schon öfter hier vorbeigehen sehen. Es ist eine schöne Strecke. Ja, vielleicht. Man selbst sieht es gar nicht mehr. Sie trat an den Gartenzaun und streckte mir die Hand entgegen. Ich heiße Evi. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, sagte sie, Ach ja, richtig. Sie schreiben Bücher, nicht wahr? Ja, sagte ich, obwohl ich, seit ich hier war, kein einziges Wort zu Papier gebracht hatte. So ist es wohl. Ich muss gestehen, ich habe nichts von Ihnen gelesen. Das muss man auch nicht. Wohnen Sie schon lange hier? Bald 15 Jahre. Mein Mann und ich haben das Haus für uns gekauft. Jetzt bin nur noch ich übrig. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, es zu verkaufen, fuhr sie fort, als wäre das eine Frage, die sie oft zu hören bekam. Aber wohin sollte ich schon gehen, mit meinen 80 Jahren? Ich werde wohl einfach weiterleben, schätze ich. Bei unserer nächsten Begegnung, etwa eine Woche später, lud sie mich auf eine Tasse Kaffee ein und wir tauschten unsere Telefonnummern aus. Wir saßen in Evis Küche. Sie hatte von einem ihrer Enkel ein neues Handy geschenkt bekommen und ich zeigte ihr, wie man die Wegfunktion einstellte. Gelegentlich besuchte sie auch mich. Wir tranken Wein, plauderten, spielten Karten oder leisteten einander Gesellschaft. Sie erzählte mir Episoden aus ihrem Leben als Polizistin, urkomische und tragische Geschichten von Verbrechern, Junkies, Opfern und Angehörigen. Wie ungewöhnlich es damals war, als Frau bei der Polizei zu arbeiten und andererseits auch nicht.